Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute spielen wir wieder Among Us und voraussichtlich wird es das letzte Video sein, wo man nur mich hört. In den nächsten Videos werden wir zu zweit zu hören sein. Viel Spaß in dem Video. Also sorry Leute, dass in der Zeit so wenig Videos wir konnten, aber wir hatten einfach mit Klassenarbeiten und Lungen und so was in der Zeit so viel zu tun, dass wir keine Zeit hatten, Videos aufzunehmen oder zu produzieren. Wir schauen jetzt, da wir Serien haben, dass wir da regelmäßiger Videos hochladen. Ansonsten würde ich euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Oh, hier sind wir sehr schnell, fängt mir gerade auf. Da braucht man nicht so lange, bis wir zu unseren Tasks, also zu unseren Aufgaben kommen. Ich sehe hier auch gerade am Rand hier unten, kurz über mein Control-Dingens-Teil da, wie das heißt halt. Ähm, da stehen auch die Tasks, weil ihr euch das fragt. Da haben wir auch relativ wenig, also sollte man da die eigentlich ziemlich schnell durchkriegen. Wenn hier mal gestopelt wird, was natürlich eine andere Sache ist. Ha, jetzt geht's weiter. So, mal schauen, was wir sehen. Oh, wir sind sogar gleich wieder im Posto. Okay, ich weiß noch nicht so, dass wir das ganze schon haben. Wir sind aber nicht so, dass wir uns den Composystem zusammen haben. Wir haben doch noch gar kein Taskaufmacht. Wie, wir sind Ing 고ge, wir sind in den ersten minutos. So, wir sind nicht so ein Halt, wir sind relativ schnell hierzu. Wollte natürlich meine Aufnahme nicht abbrechen. Ich glaube auch irgendwie verständlich. Ups, aus Versehen umgebracht. Da war da auch schon jemand an... Oh, es ist Versehen umgebracht, natürlich. Es war keine Absicht. Und die Runde ist auch schon vorbei. Aber hier sehe ich jetzt auch weniger Werbung wie in der letzten Runde. Als ich das letzte Mal aufgenommen habe, habe ich nach jeder Runde erst mal Werbung gesehen. Ups, ich habe vergessen auf Aufnahme zu drücken. Jetzt geht es weiter. Ich bin wieder im Poste. Mit Love, Love. Okay. Ach, halt, ich bin im Poste. Ich habe keine Aufgaben. Ich schlomeier. Manchmal bin ich auch irgendwo gedanklich woanders. Warum macht er schon ein Emergency Meeting? Okay. Hä, nee. Why? Warum? Da war ich schrägt noch ein Los. Why? Das wird vielleicht noch ein Fragezeichen schrägen. So, zuck, 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 zuck. Ich wollte jetzt einfach den. Wo tickt ihn auf? Was heißt er? Ja, 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 gut. Unaussprechbare Name. Aber okay. Jetzt wurde dieser Among Us wieder nie. Ah, doch. Oh, ein Schwarzbruder. Ah, Schwarzbruder. Ich bin einfach der Einzige, der für den gebootet hat. Traurig. Ja? Hallo? Warum geht es nicht weiter? Hast du jetzt das Spiel aufgehangen? Oder aufgehangen? Oder was? äh 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 ah ah jetzt geht's weg also bis gleich ach so und ähm paar haben gefragt mich also haben mich in der Schule gefragt warum ich eine Klopapierrolle auf dem Kopf hab ich kann mich hier verändern da kann man sich verschiedene Sachen auf den Kopf setzen zum Beispiel ein Pömpel eine Klopapierrolle ein Pelikan irgendwas ein Hut eine Maske und ich bevorzug diese Klopapierrolle passt auch irgendwie zu der Corona-Zeit jetzt ähm was gibt's hier was gibt's hier noch es gibt auch noch ganz Gesichtsmaske ähm so jetzt piepst ich über jetzt noch mal schnell woanders hin ähm vielleicht hört das vielleicht hört das nicht zum Beispiel hat er plötzlich der Drucker hinter mir angefangen zu piepzen kommt mein Vater wieder in den Fack so ähm so ähm es gibt ja auch noch so ein komisches Schild Cowboyhut Luftballon ja ja man kann sich auch ein Messer in den Kopf stecken also mit dem hier es gibt viele Auswahlmöglichkeiten ha es geht hier weiter ich bin mal zwischendurch in einen anderen Raum rein weil dem anderen waren wir ich glaub fünf Minuten lang oder so was zehn Leute und das wurde einfach nicht gestartet also ich weiß auch nicht was da los war wenn wir jetzt in den Raum rein hier der war schon von Anfang an ziemlich voll und nach fünf Sekunden zack bumm voll und wir haben auch gestartet also finde ich gut so hier fahrt man so langsam raucht man immer so ewig bis man bei seinen Tasks Tasks sprechen kann ich auch nicht bis bei seinen Tasks ankommt bis man dann da angekommen ist wird schon wieder ein toter Körper oder sonst irgendwas gefunden also also was schreiben sie hier ja keine Ahnung Black 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 ist Black Black ähm so ähm ich sah ihn J J sicher warum sind die alle ähm groß schlechte Internetverbindung oder was die 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 Ihr könnt eigentlich auch einen Cetra-Vertrust machen und sehen, ob wir da im Schnitt noch dran denken. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden wir wieder so schlau sein und das Ding einfach nur so... Ah! Fertig! Gut, müssen wir wohl doch keinen Cetra-Vertrust machen. Freut mich. So, Black ist raus. Keine Ahnung, ob mein Post-Operstand jetzt da nicht drin ist. Hab ich hier gleich einen Admin? So eine Aufgabe. Oder wie? Okay. Diesmal war es nicht Post-Operstand. Wie im letzten Video. Kann nicht immer so sein. Ha! Ging wesentlich schneller. Wie manchmal. Von mir aus kann es immer so gehen wie im letzten Video. Ist aber leider nicht so der Fall. So, dann. Genau, in Electrical haben wir auch noch Aufgaben. Hab ich das letzte Mal gerade so reingeschafft. Und... Ähm... Dann kam gleich dieser tote Körper. Mein... Mein Gott! Ich schaff die nie! Ach, Scheiße. Ha! Geschafft! Schaff ich doch noch. Hallo? Ah! Jetzt hat es reagiert. Hat gerade nur nicht reagiert. So, dann hat man noch den Aqua Energy. Boah! Ja. Dann müssen wir wieder da hochlaufen. Dann müssen wir hier... Hallo? Dann müssen wir hier das Benzin reinschütten. Dann müssen wir wieder runterlaufen. Und... Ich lauf gegen die Wand. Weil ich ein Genie bin. Dann... Muss mal nach rechts laufen. Und... Wir haben verloren. Super. Also... Na behaupte nochmal bis es weiter geht. Hm? Jetzt bin ich der einzigste in der Runde. Hm? Mal sehen, ob da jemand scheint. Wir haben bis in 5 Minuten keiner scheint. Also... Wie er beitritt in diese Runde gehe ich in eine andere rein. Ah! Krass! Gut, okay. Kommt gleich jetzt schon einer. Ja. 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 Na geht's mal weiter in die nächste Runde. Und ich bin wieder Imposter. Kann ich wieder die anderen umbringen? Wie in Real Life. Ha! Gut, okay. Mach ich nichts. Noch nicht. Das ging jetzt aber schnell. Ähm. Pizza. Pizza Cola. Okay. Passt nicht zusammen. Pizza mag ich. Cola mag ich nicht. Speed fast please. Ja. Geht nicht. Tut mir leid. Kann ich gerade nicht machen. So. Vielleicht denke ich die. Uh! What? Blue. No. Das ist blue. Warum wurde ich jetzt ausgewartet? Mann! Ich finde das blöd. Jetzt habe ich verloren. Das finde ich nicht toll. So. Das war's dann auch von dem Video wieder. Ich hoffe euch hat's gefallen. Und tschüss!